nachdem wir die drei nebenquests erfüllt haben haben wir eine vierte dadurch bekommen ich werde euch das ganze natürlich verlinken also die drei nebenquests die ich machen musste damit ich die quest hier bekomme die ich jetzt hier habe die werden wir jetzt natürlich erfüllen und ja alles klar wir haben da den lochstreifen bekommen als belohnung um die dinger ging es okay wir haben geklärt und wir müssen jetzt einmal in orten und ja den guten mann anquatschen damit wir die letzte quest warten von der quest 3 zumindest hier bitte die streifen von uns die wir uns verdient haben also ich skippe komplett die gespräche ansonsten dauern die quest viel zu lange und wir müssen jetzt einmal dort hinten ich habe absolut keine ahnung was mich da erwartet na gut also war am letzten turm angekommen ok erscheint keiner dazu sollen aber das stört uns hier nicht daran zu gehen eine seriöse truhe gibt jetzt muss ich aufpassen dass ich die nicht glute insekten gibt es ja wir müssen ja ein bisschen ein paar rätsel wieder lösen also die questreihe gefällt mir ganz gut hier gibt es ordentlich rätsel na gut wer bist du jetzt entschuldigung hier kein thema bruder sie wieder nach unten gegangen ist okay dann schauen wir die stimme kommt wieder von unten wir haben ja eine tür die wir aktivieren können was bringt uns das ach so das können wir tragen das war jetzt noch komm schon mach keinen scheiß jetzt okay dann nehmen wir das auf aktivieren den auch sammeln jetzt kann man nach unten es gibt sie unten okay dann gibt es viele tolle sachen so wie es aussieht das hebe ich mir direkt auf und wir können da unten rein das nehmen wir auch vorsicht zu okay das ist auch ziemlich einfach wer bist du denn wer bist du denn hallo wir müssen uns um die gegner schnell kümmern bevor der eis macht das ist fast ganz gut wasser damit kann ich leben sollte sich eigentlich in luft auflösen okay wir schon wieder sorgen gemacht um einen schaden okay jetzt können wir weiter runter so wie es aussieht hier von unten kommen wir ja ist klar dann geht es jetzt wieder wir müssen tiefer so ist eigentlich wieder zu ach wir müssen sogar in die richtung ja konzentrieren wäre nicht schlecht also ich muss in die richtung ok da gibt es wieder ein paar gegner die relativ schnell fallen ok jetzt kommt es zu uns nicht mehr dann wird mit dem guten man jetzt gequatscht und ja wie ich schon sagte die gespräche ist kippig dass dort viel zu lange ich habe es bei den ersten nebenquests gemacht ich saß dann an so einem quest knapp zwei stunden deswegen habe ich am ersten tag eher wenig geschafft aber ich will auch was ausprobieren das kommt dann auch hier und dann haben wir es auch abgeschlossen da gab es noch eine errungenschaft das ist es gewesen mit den vier quests ich werde euch die vorquests natürlich posten habe ich ja gesagt in der beschreibung und alles klar tschau tschau bis zum nächsten mal also